Eine Region wird geprägt durch ihre Landschaften, durch ihre Historie, durch ihre Brauchtümer, durch die Möglichkeiten, die sie den Menschen bietet in der Freizeit und im Beruf. Die Zukunft einer Region wird geprägt durch die Menschen, die sie gestalten, durch ihre Ideen, ihre Fähigkeiten, ihre Entwicklungen und Innovationen. Bayern ist ein attraktiver, ein international wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort. Ich möchte, dass das auch so bleibt, damit die Menschen in unserem Land weiterhin zukunftsfähige Arbeitsplätze und eine hohe Lebensqualität haben. Mit meiner Politik möchte ich gleichwertige Lebens- und Arbeitsverhältnisse in ganz Bayern schaffen. Sie richtet sich an konkreten regionalen Bedürfnissen aus und ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen. Lassen Sie uns gemeinsam das Zukunftspotenzial Ihrer Region optimal nutzen.